Bad Salzig vor uns Burgen, Sternberg und Liebenstein Kloster Kamp und Bornhofen Ortschaft Wir gucken jetzt auf TV-Turm, Fernsehturm Unten ist der Poppa daheim, Belichtung ist miese gerade Kampfer 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 Auf der anderen Seite der Rhein-Lahn-Kreis. Die Verlichtung ist leider nicht so der Wilde hier. Mist. Ich hoffe es hat euch ein bisschen hier gefallen. Die Aussicht hier. Kirche ist St. Egidius. Salzig. Ich hoffe es hat euch gefallen. Ich hoffe es hat euch gefallen. Ich hoffe es hat euch gefallen.